Willkommen zurück zu Let's Play DSM 4. Unsere kleine Kuhpflanze, unser neues Familienmitglied steht hier und hat seinen Spaß. Unsere Chrissy hat nichts zu tun und braucht dringend soziale Bindungen. Jetzt die Frage, was stellen wir mit ihr an? Entweder von unserer Familie ist gerade keiner wach. Warte mal, sie kann doch hier mitspielen. Dann können sie doch ein bisschen unterhalten währenddessen. Das ist doch eine gute Idee. Können sie sich ein bisschen mit Audioplau über Logikräze reden, fesselnde Geschichte erzählen. Er hat sie gerade noch einen Wunsch. Witz möchte sie erzählen. Kann man her. Oh, das ist der Witz. So. In einer Stunde muss er zwar bei der Arbeit sein, aber das ist jetzt ja auch kein Problem. Oder? Musst du bei der Arbeit sein? In einer Stunde? 52 Minuten. Ja. Gut, dann wäre natürlich gut, wenn du was zu essen haben würdest, aber du hast momentan sowieso nicht die Level 4 Gartenfähigkeit, die du brauchst. So. Die beiden Regen hier noch eine Runde. Ah, Logik. Wie sieht sie aus? Level 3 Logikfähigkeit hat er schon. Ja. Läuft doch. Gut. Für Robi, für Sie, für Z. Jetzt haben wir ihn. Was macht er gerade? Meister des Unfugs. Er geht gerade nach oben, um ein wenig deine Charismafähigkeit zu steigern. Oh, er ist wütend. Wieso bist du wütend? Wütend auf dem Laufband trainieren. Dann train doch mal wütend. So. Ärgerliches Häufchen machen. Oh, Mann, Mann, Mann. Ein ärgerliches Häufchen darfst du auch noch machen. Herbie, wie lange willst du noch schlafen? Kannst du mir das sagen? Kleiner Herbie. Herbie muss dringend auf Toilette. Das darf er auch gleich. Jetzt danach gibt es noch was zu essen. Ich hatte doch noch, wie sieht es an, ich bin in Sachen Gourmetmenü auf. Da hatte er doch auch noch was zu tun, oder? Erstmal, nein, das war es nicht. Öffnen. Hier ein Brathähnchen essen und danach erstmal ein Gourmetmenü zubereiten. Zum Beispiel eine Spinatfrid hat er in Familiengröße. Pasta Primavera. Wieso nicht? Und kochen. Ähm, was kommt mir noch? Leckeres. Uff. Ne, kochen nicht. Äh, Gourmetmenü bitte. Und zwar Butternut. Butternut. Gnocchi. So soll es sein. So, der wütende Audio steht hier oben und redet mit sich selbst, um seine Charisma-Fähigkeit zu erhöhen. Er muss zur Arbeit, und zwar dringend. Okay, aufhören, 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 aufhören. Und ab zur Arbeit mit dir. Chrissy, wie geht's dir? Hast du eine Sozialgeschichte gelöst? Ja, okay. Dann einmal verwenden, bitte. Aufhören, Schach zu spielen. Und dann, was stellen wir da mit dir an? Level 10 Gartenfähigkeit. Ja, die Garten-Garten-Technisch. Ich müsste, ich weiß leider echt nicht, wie ich die Pflanzen hier kreuzen soll. Äh, was haben wir da jetzt eigentlich bekommen? Was ist das hier? Gekreuzte-Pflanze. Petersilie und Dingensbumens. Okay. Drücken wir, gehen wir noch kurz auf die Gartenpflege und dann, für ihren Wunschtraum Pflanzen veredeln, haben wir schon. Pflanzen düngen könnten wir noch mal machen. Ja, dann düngen wir hier noch mal die ganzen Pflänzchen. Nein, komm mal her. Kleine Pflanze. Nein, komm mal her, kleine Pflanze. Düngen. Mit Löwenmäulchen, äh, düngen mit Hose und düngen zum Beispiel mit Gänseblümchen. Zwei Mal muss ich noch düngen, hier, düngen mit Gänseblümchen und düngen, komm mal her, mit Gänseblümchen. So. Audio. Steht hier und redet. Eure 2 ist bei der Arbeit. Sehr gut. So, er darf gleich mal aufhören mit Charisma Geschichte. Herbie, wo bist du? Du bist unten in der Küche und musst drehen auf Toilette. Hey, wieso gehst du nicht auf Toilette? Was tust du? Hör auf damit, hör auf damit. Geh auf Toilette. Schnell. Ist das dein Ernst? So, danach darfst du hier gern was essen. Und danach darfst du dann kochen. Wieso hat er das schon wieder gelöscht? Ich verstehe das nicht, echt nicht. Ähm... So, jetzt Gummi-Menü. Das bitte einmal. Dann kochen. Nein. Äh. Gummi-Menü. Spinat-Fritata. Go. Was ist mit Audio los? Was ist schon wieder mit dir los? Es ist doch... Jetzt ist hier wieder Chaos, oder wie? Chaos-Folge. Ähm... Öffnen. Du hast doch Hunger. Wieso nimmst du dir kein Brathähnchen? Ich verstehe das manchmal ehrlich nicht. So, er hat Fitnessfähigkeit erworben. Sehr gut. So, jetzt wird dir eine Runde trainiert. Herbie. Dich kriegen wir auch noch irgendwie glücklich. Hungertechnisch. Ess dein Ding und dann... Go, go, go. Chrissy. Wo bist du? Du bist im Garten und hast hier fleißig Sachen gedüngt. Wenn ich es richtig gesehen habe. Hoffe ich mal. Hier. Moment mal. Was ist hier los? Wieso Level 8 Garten für 10 Pflanzen? Ach, wir haben die Pflanzen gedüngt. Okay. Jetzt fehlt die Gartenfähigkeit. Wir füttern mal kurz die Kuhpflanze. Pflanzen veredeln. Können wir auch noch mal ein bisschen weitermachen. Ich würde aber gerne mit ihr hier noch mal ein bisschen trainieren. Dann mal ein bisschen boxen. Und danach den Bauch fortsetzen. So, Audio. Du trainierst noch. Stinkst dir gerade wie ein Itis. Hast Hunger. Mach Spaß. Musst du Flirte. Oh Gott. Okay. Dann nimm noch mal ein Bad. Danach verwendest du dieses Ding hier. Danach darfst du noch mal baden, weil das Baden jetzt abgebrochen wird. Natürlich. Baden. So. Hygiene haben wir dann schon mal. Dann ist Hunger und Spaß brauchen wir noch. Hungertechnisch hätte ich hier noch was. Einmal öffnen. Asia Hühnchen Nudelfanne. Hier noch Zusatzaufgaben machen. Und das Ding im Inventar platzieren. Und dann darfst du noch für den Spaß. Ach, jetzt ist das Ding schon wieder kaputt. Das gibt es noch nicht. Hygiene, deine Aufgabe reparieren bitte. So, ist hier schon wieder was passiert. Ne, hier ist alles gut. Na, trotzalang. So, und Hygiene hat ein Gemätsmenü zubereitet und kriegt dafür Punkte. Sehr schön. Was ist das hier Feines? Das ist jetzt die Joghurt Parfait mit Früchten. Das kommt hier mal rein. Er hat hier für seinen Job das erste Gemätsspeisen, die ausgezeichnete Gemätsspeise zubereitet. Das ist sehr gut. Tantien im Bericht. Ah, jetzt läuft es. Langsam läuft es wieder. Okay, Audio. Was stellen wir jetzt mit dir an? Du hast Hunger. Wieso hast du denn? Ich habe dir doch gesagt, du sollst dir was zu essen holen. Hier öffnen. Ein Stück Kuchen essen. So. Und dann hier deine Zusatzaufgaben machen. Bitte. Und dann solltest du hier Blickblock spielen. Meine Güte. So, Chrissy ist hier oben beim Sport. Na los Chrissy. Tu es. Hau zu. Schlag zu. Los, hau hin. Tu es. Hau hin. Mach ihn fertig. So. Level 4 Fitnessfähigkeit. Ja. Herbie, was tust du jetzt gerade? Du reparierst hier. Sehr gut. Deine ausgezeichnete, hoffentlich, Speise. Ja, qualität ausgezeichnet. Sehr schön. Drei gewöhnliche Tuning-Teile für Herbie. Dann aber bitte hier aufwischen. Können wir es hier noch ein bisschen verbessern? Automatische Seifenspender. Hier nochmal. Wir können noch eine ganze Menge tun hier. Für Gala-Abendessen Silber. Das muss ich auch immer nochmal machen. Ausgezeichnete Speisen zubereiten. Können wir auch noch ganz viel. Andrea ist da. Hey du. Dein Audio ist gerade. Dann bitten wir ihn nochmal herein. Ähm. Herein bitten. Komm, hör auf mit Hausaufgaben. Das machen wir alles nicht. Der Spaß ist gerade ein bisschen im Keller. Das kriegen wir hin mit Andrea. Dann machen wir uns da ein bisschen Spaß. So. Und Herbie muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Ach du liebe Güte. So. So. Er möchte gerne mit jemandem chatten. Nein. Wir sind jetzt erstmal. Mehr Auswahl. Romantik. Knuddeln. Mehr Auswahl. Romantik. Äh. Flirten. Und mehr Auswahl. Romantik. Bestehen verknallt zu sein. Das ist ja bei den Teenagern so. Man ist halt verknallt so ein bisschen. Oh Andrea ist glücklich. Romantisches Interesse. Oh das ist schief gegangen. Das ist ganz schief gegangen. Nein. Ähm. Unsicherheit mitteilen. Und noch. Selbst ironisch scherzen. Ich bin torbt. Ich bin torbt. Gut. Chrissy was tust du? Chrissy bastelt an der Rakete. Herbie was tust du? Herbie hat gerade nichts zu tun. Dann darf Herbie. Kochen ist irgendwie blöd gerade. Herbie darf ein bisschen trainieren. Der muss hier oben unbedingt mal ein bisschen mit geschwälzter Brust laufen. Audio. So. Jetzt wollen wir hier nochmal ein bisschen planen. alles mit Steck-Speck-Streifen zu umwickeln. Das wird auch lustig. Die beiden sind ja hier böse beste Freunde. Gemeinsam Foto machen. mehr Auswahl Romantik. Jetzt lassen wir schnelle Wiedergutmachung. Mehr Auswahl Romantik. Und dann müsste er noch Bücher zu Ende lesen und Logikfähigkeit verbessern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier. Öffnen. Hier die Logikgeschichte. Darf er dann nochmal lesen. So. Er macht Sport. Sie ist hier dabei. Ihr fehlt aber ein bisschen. Ne, der Spaß ist eigentlich super. Er ist mit seiner Freundin unterwegs. Die beiden klauen dann ein wenig. Was können wir jetzt noch machen? Äh, wollen wir die beiden hier mal ein bisschen Fernsehgucken schicken? Oder kann man hier zusammenspielen? Nein. Ähm. Zusammen Kanalwechsel. Machen wir es nochmal so. Lass uns die beiden zusammen. Fernsehgucken. Dann sind die beiden noch glücklich. Unsere liebe Audio. So. Jetzt wird sie ein bisschen geplaudert. Können wir parallel noch ein bisschen mehr auswahl. Warum, Mann? Schnuddeln. Oh, kann man das hier auf... Oh, ist das... Das ist ja süß. Ach, sind die beiden süß. Oh, ich liebe meine... Die beiden sind echt das Traumpad des Jahrhunderts. Witz über Marsmenschen erzählen. Ich hab ja. Mehr Auswahl. Romantik. Hm, was können wir noch machen? Smart, Säse, Höch. Ach, noch ein bisschen Schnuddeln. Das ist doch super. So, Audio macht währenddessen seine Hausaufgaben. Darf dann hier mal ein bisschen aufräumen. Und hat Hunger. Da öffnen wir hier nochmal. Wir haben doch noch leckere Speisen. Joghurtparfait mit Dingensbummens... Oh, Leute, stopp, 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 stopp. Stopp, Herbie. Wieso gehst du nicht zur Arbeit? Willst du bitte mal zur Arbeit gehen? Ganz schnell und so. Ganz, ganz schnell. So. Unsere Rakete wird immer, immer größer. Sehr cool. Krissi möchte aber langsam mal duschen, nachdem hier die Rakete explodiert. Beziehungsweise darf man eine Runde baden. So, Audio. Sinnlicher Austausch. Ach, die beiden sind echt süß. Zusammen sitzen. Äh, mehr Auswahl. War da gerade um Massage bitten? Oh, das ist ja süß. Oh, die beiden sind so knurrlich. Das ist... Ja, die beiden sind echt süß. Süße Nichtigkeiten flüstern. Ein Kusshauchen. Mehr Auswahl. Du bist ein Wager. Borsifna. Hm, lass uns gehen. Hm, was kann man sonst noch machen? Tief in die Augen schauen. Ja, schaut da mal tief in die Augen. Oh, die ersten Herzen fliegen. Derzeitige Beziehung statt als Turteltauben. So, er ist hier immer noch bei den Hausaufgaben. Das müsste dein Bruder auch mal machen, wenn er mit seiner Freundin da fertig ist. Das ist gut. Ersten Kuss erleben. So, das probieren wir jetzt mal aus. Das jetzt funktioniert. Erotischer Austausch. Erster Kuss von Audio und Andrea. Funktioniert das. Piava. Fisch, noch ein Sank. Pocona. Oh, Adidas. Kosomabellino. Ah, Lokus. Klafe de Brenna too. Ich möchte jetzt gerne... Ja, 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 ja. Oh, es hat funktioniert, es hat funktioniert. Sehr cool. Okay, jetzt muss er erstmal auf die Toilette. Das ist irgendwie unpassendes Timing. Sehr unpassendes Timing. Ähm... Im Observatorium rumsputen. Definitiv. Wir schmusen mal ein bisschen im Observatorium rum. Stopp, stopp. Erstmal geht er auf die Toilette. Verwenden. Und dann dürft ihr gerne im Observatorium rumschmussen. Tischmunk wurde nicht geliefert, das hatten wir schon öfter, wir basteln mit improvisiertem Tischmunk. So. Äh... Da hatte ich nicht gesagt, ihr wollt damit aufhören und so. Und du gehst erst auf die Toilette und dann dürft ihr im Observatorium rumschmussen. Rumschmusen. Bitte, Freundin zu sein. Oh, bitte sei seine Freundin. Bitte, 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 bitte. Was macht Audio-Kollege? Audio-Kollege ist gerade. Sehr gut. Darf dann noch ein bisschen Schach spielen. Spielen. Chrissy muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Was macht Chrissy eigentlich gerade? Ach, die ist immer noch dabei. Ach, du liebe Güte. Stopp. Pause. Äh, Pause. Äh, duschen. Ganz schnell. Und hör mal auf mit duschen, sondern geh lieber baden und Spaß. Schnell mal ein bisschen Spaß haben. Äh, hier mehr Auswahl. Nein. Zurück. Ich vergesse komplett, dass die hier ja auch noch da sind. Äh, Zuflucht spielen. Audio-Kollege ist da vollkommen in Ordnung. Audio. So. Weiter geht's. Jetzt wollen wir doch mit Andrea noch ein bisschen, erst mal plaudern und bitten, Freundin zu sein. Definitiv. Nein, du musst nicht los. Nein. Ich hab jetzt versaut. Nein, du musst nicht los. Du bleibst bitte hier. Ja. Ja. Oh, Sneebo. Tschüss. Bitten, Freundin zu sein. Ja, los, na los, na los. Oh, Andrea ist hier eben die Freundin von Audio geworden. Sehr cool. So, was können wir jetzt noch machen hier? Äh, mehr Auswahl, Romantik, im Observatorium, rubschmusen. Oh, jetzt wird hier rumgeknutscht. Sehr cool. Oh, das ist so cool. Das ist so cool. Die erste Liebe. Freundschaftsringe tauschen. Oh. So, jetzt wird erstmal rumgeschmusten aufs Observatorium. Da lassen wir die beiden mal alleine. Chrissy wollte die nicht zur Arbeit. Ach ja, die muss in 10 Minuten bei der Arbeit sein. Audio, Kollege, spielt Schach. So. Hier fliegen die Herzchen im Observatorium. Ich hoffe, dass da vielleicht keine Kinder fliegen. Aber eigentlich, wenn man nicht auf Baby machen geht, sollte da nichts passieren. Hier wird fleißig gespielt. So, jetzt langsam muss Chrissy aber zur Arbeit. Heißt, leider musst du es wieder abbrechen. Audio, was stellen wir mit dir an? Was musst du denn noch machen? Du musst eigentlich, ja, Logik, Fähigkeit und so. Heute muss er nicht arbeiten. Er hat seine Zusatzaufgaben gemacht. Ja, hat das Buch ins Inventar gepackt. Perfekt. Sehr schön. So, bei den beiden. Oh, sie ist wieder... Wo willst du hin, Andrea? Wo gehst du hin? Mit Andrea. Was können wir mit ihr noch machen? Da haben wir jetzt ja viele, viele Möglichkeiten. Mehr Auswahl. Romantik. Knuddeln. Kuss zu hauchen. Freundschaftsringe tauschen. Haben sie das schon gemacht? Sehr konzentriert. Etwas lesen. Okay. Erotischer Austausch. Die beiden sind ja echt voll geil. Jetzt werden Freundschaftsringe getauscht. So, ein Ring für sie. Bling, bling, bling. Oh. So, und dann... Mehr Auswahl. Romantik. Hm, was kann man noch machen? Mehr Auswahl. Umschmusen. Mehr Auswahl. Freundschaftsringe haben wir schon. Wir haben da schon Halsküssen. Ewige Liebe erklären. Dann sorgt, dass das hier gleich mal klar... Wir machen gleich mal das in trockenen Tücher. Dass die beiden hier... Ne? Ne, das ist gescheit. So, Herbie ist wieder da von der Arbeit. Ihm geht's relativ dreckig. Okay, ich würde sagen, erst mal duschen. Und danach darf er hier eine Runde spielen. Ähm, Sportspaß, bitte. Audio 2, der ist immer noch hier beim Schachspiel, aber dann geht's gut, oder? Ne, er ist gerade... Spielt er gerade oder spielt er nicht? Ja, er spielt, okay. So, jetzt wird aber erst mal was gegessen. Isst doch mal hier was. Äh... Und zwar bitte einmal eine Spinat-Fritata-Gericht nehmen. Während sie hier im Observatorium verschwindet und dann rundherum sucht. Sehr schön. So soll das sein. Er ist immer noch beim Schachspielen. Wie lange muss er denn noch Schach spielen? Was ist jetzt passiert? Ich verstehe manchmal echt nicht, wo diese Sounds herkommen. So, sehr glücklicher Audio. Er ist versprochen, ausschafft von Freundschaftsring. Ein verliebter Sim, ist niemals jung. Ist niemals jung, um einen Bund zu schießen, der ein Leben lang halten kann. Ja, die beiden sind verknallt, aber sowas von gut. Ich würde sie gerne bei mir einziehen lassen, aber ich glaube, das machen wir dann in den nächsten Folgen hier bei Let's Play The Sims 4. Hat mich gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.